Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Projekt, Re-Legend. Und wir starten Singleplayer, New Game. Great-Charakter. Willkommen zu einem neuen Projekt, My Time at Pochia. In Zukunft werde ich vielleicht einen Livestream machen. Okay, jetzt starten wir. Ja, ups. Hallo Leute und willkommen zurück zum neuen Projekt Yandr. Wir werden den Charakter erstellt und starten mal. Und schauen mal rein. Liebstes Kindes hat uns das Herz gebrochen, dich wegzuschicken. Aber nur so konnten wir dich vor der Dunkelheit schützen, die unser Land vergiftet. Wenn du eines Tages die Wahrheit suchen solltest, wird dir der Himmelskompass den Weg weisen. Er wird dich weit über das Meer führen, in die Dunkelheit und in das Licht. Aber immer nach Hause. Nach Hause, nach Gemäa. fitsal als Familie weisen. Und zwischen Familie Kolsch und eines Pauls, mit dem dem Untertitelung des ZDF, 2020